ja die leute und hallo und herzlich willkommen endlich zur ersten aufnahmen denn von battlefront star wars battlefront das spiel ist endlich raus wir spielen nicht mehr die beta ich bin jetzt in der ersten folge allein und ich würde sagen wir starten mal direkt ins tutorial die einstellungen hoffe ich mal passen so ich hab schon mal kurz drüber geschaut aber mal gucken ok ich habe meine runde gedreht keine aktivität verstanden kannst du noch eine drehen unsere scanner zeichnen wegen der meteoiden aktivität jede menge interferenzen auf alles klar doch ich kann auf die einstellungen zugreifen und zwar was ich sofort merke Prozent die mauseempfindlichkeit geht gar nicht da hat 3 und besser ja die grafik muss ich sagen die hat schon echt was ich weiß jetzt nicht bin mir nicht ganz sicher aber es sieht sogar ein bisschen besser aus wie in der beta durchquere das gebiet und finde einen besseren aussicht springen ich kann springen ja sprinnt durch das schon die ganze zeit wenn ich bin behindert ich kann aus der person spielen ich weiß aber nicht ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon ich kann aus der person spielen ich weiß aber nicht ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon ich glaube ich bin halt doch eher so der egoshooter typ da ist der droide lass ihn nicht entkommen ja ich hab Fanaten bekommen rücken wir mal wieder zu angegebenen Positionen verband also das ist jetzt ein kurzes Tutorial einfach nochmal um zu zeigen was es hier alles gibt ihr kennt ja eigentlich schon alles was etwas der Beta ich ja auch deaktiviere den droiden mit deiner Ionenwaffe setz deine gute Arbeit fort für mich jetzt irgendwas anderes cooles ich will mehr spielereien haben und ich will wieder ein jetpack ich fühl mich so lahm da es geht weiter das war der letzte danke dass du uns geholfen hast unsere Position vor dem Imperium zu verbergen oh schaut mal auf die Waffe die Schneeflocken fallen drauf und verdunsten wieder das sieht auch richtig cool aus ja LG TV wie immer tu es oder tu es nicht direkt die erste Errungenschaft abgezogen äh nein das Tutorial wollen wir nicht noch einmal spielen darauf kann ich wirklich verzichten ich würde sagen das war es dann auch schon mit dem ersten Eindruck hier zu Star Wars Battlefront ich würde sagen wir sehen uns dann gleich mit Markus in den Missionen und bis dahin ist alles und ciao bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal